Flatti, was ist? Minus 10 Grad, wunderschöner Tag. Und wir machen uns auf zum ersten Unterbodenschutz des Jahres 2023. Jetzt fahren wir zuerst ein Trockeneis holen nach Schwarz, beziehungsweise Fomp, sein Hin und Retour von der Werkstatt 86 Kilometer. Aber vorher müssen wir noch mit den Hunden Spatze gehen und der Flatti will nicht, gell Flatti? Oh, was ist passiert? Das sind nicht seine Temperaturen. Er ist nicht so ein sibirischer Hund, der sie bis minus 40, 50 aushalten müssen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, ne Flatti? Na gut, legen wir los. Trockeneis ist schon geholt und die Standheizung ist auch wieder gut angesprungen. Heizung haben wir da auch noch drinnen. Auf die Heizung ist echt Verlass. Super. Für mein eisiges Büro. Und da machen wir jetzt auch ein bisschen Wärme für den Kompressor. Mal schauen, ob da schon Wasser zum Ablassen geht. Oha. Na. Ist alles abgefroren. So. Ja. Da kann man jetzt diese kleine Heizung reinstellen. Ab minus 5 Grad geht ja alles schlecht. Da hat der Kompressor so einen schlechten Sound. Der quietscht und klappert und tut. Da ist mir Angst und bangen. Oh ja, da ist schon fein warm. Alles gut. Das ist super. Passt. Der Computer ist auch wieder aufgefahren. Dann merkst du die Kamera. Dann mach jetzt eine neue Kamera auf. Wieder aufs Eck. Eine neue Perspektive gibt es dann. Was merkst du? Ja. Jetzt könnte es dann da rein gehen. Der ist auch beheizt. Ah, der Flatti ist schon beim Genießen. Und da ist die Heizung. Ah, der Flatti schaut heute gar nicht so begeistert aus. Gut, schon mal ein Stückchen rein da. Dann traut sich hier keiner rein gehen. Hier auf die Bellen. Das Wasser ist auch noch gut. Geh, Meuse. Und da mach jetzt eine neue Kamera auf. Die kommt dann nächste Woche. Da montieren. Dann kann ich das da rausschwenken. Das ist so eine BTZ-Kamera. Die kann man dann schwenken und zoomen. Und jetzt müssen wir alles aktivieren. Da war aber trocken. Es ist da. Jawoll. Der Kompressor wird gut starten, weil ich die Batterie schon ein bisschen vorlade. Ja. Batterie. Ok, legen wir los. Ich weiß jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 板 Receецкое! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.